Guten Tag aus dem wunderschönen Departement Flairme Rouge. Guten Morgen vom Col du Galibier. Wir müssen uns sputen, um neun wird die Straße gesperrt. Wir sind noch auf 1600 Meter und fahren jetzt in die Hitze ins Tal hinab. Wir brauchen dafür ungefähr 325 Kilometer. Scheiß Navi. Irgendwo bei Alpe d'Huez. Am Col de la Croix. Auf dem Weg zum Col de la Madeleine. Ja bitte. Schöpfe? Stilleben, wie schön hier die Bläschen aufsteigen, herrlich. Ich mache einen Film. Grandios. Ich bin begeistert. Sehr schön. Ein sehr schöner Film. Ich wusste, irgendwann wird es soweit sein. Deinen Motorradschlüssel her. Sehr schön. Aber wir können ja jetzt nochmal die Diskussion mit dem Kaffee aufgreifen. Es wäre ja schön gewesen, wenn man unterwegs mal irgendwie einen Kaffee hätte trinken können. Muss ich ja zugeben. Ich gebe es ja zu. Es wäre ja wunderschön gewesen. Und dann noch der Neidfaktor, wenn du an deinem Kaffee nuckelst und ich sitze daneben ohne alles. Ich glaube, das hat dir am meisten wehgeteilt. Das hat sehr wehgeteilt. Sehr, sehr wehgeteilt. Ich war doch arsch. Ich habe das genossen. Das ist auch ein Kameradenschwein, ne? Ja. 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 Ja.